Ich bin Maria von Maria Maria Arepas und ich mache Arepas. Arepas sind Maismehlbrötchen aus Venezuela und Kolumbien. Also ich bin der Flo und ich mache auf der Berlinale Algoa Kiespätzle. Also ich bin die Laura, ich bin Konditorin. Ich kümmere mich hier um die Kuchen. Also es ist mein zweites Jahr bei der Berlinale. Auf der Berlinale sind wir jetzt seit letzter Woche Mittwoch, also neun Tage. Ne acht Tage. So ich fange halt um zehn an und sind um elf Uhr abends und nicht mehr fertig. Stars habe ich, naja, so ein paar deutsche bekannte Gesichter sieht man schon. Also der Max Mohr zum Beispiel, der kommt jeden Tag mehrmals. Kein Star hat bei uns gegessen. Das ist ein Aufruf. George, komm vorbei. Ach ja, wir hatten eine ZDF-Moderatorin hier drin vier Stunden lang. Das war unsere Praktikantin. Da war ein Fernsehteam vom ZDF da und die hat mit mir gearbeitet und dann hat sie sich beim Arbeiten, als sie Spätzle gemacht hat, auf einmal die Schürze entzündet und ist in Flammen aufgegangen. Und ja, das war ganz lustig. Die Berlinale-Zeit ist intensiv, sag ich mal so. Also da ist man wirklich jeden Tag seine 14 bis 16 Stunden beschäftigt. Es ist sehr nett, denn wir arbeiten alle unheimlich gut zusammen. Es wird unheimlich gut angenommen und die Leute sind sehr begeistert. Und wir haben bestimmt 50 Prozent Stammgäste, die jeden Tag kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.